Ich muss ein bisschen Gas geben, ein bisschen nach vorne. So, die ersten zehn nach oben dran. Die nächsten zehn. Ich weiß. Markus, guten Morgen. Morgen. Hast du dich leichter herzlichen? Ja, ja, klar. Und da hinten sind die Schlusslichter. Die neuen. Ladies, könnt ihr noch? Ja. Alles gut? Ja. Gut. Ah, geht so. Macht Spaß? Ja. Hopp, hopp, hopp. Und wir haben den jüngsten Teilnehmer. Wie alt ist er denn? Vier. Vier Jahre. Sehr gut. Am Thurnberg angekommen. Sie sind schon fleißig am Turnen. Warum schwitzt du schon so? Wir haben doch gar nichts gemacht. Der am meisten schwitzt heute Morgen. Der schwitzt gar nicht. Bis wir im Auto hochfahren. Und der Marco war nicht letzter. Nicht letzter. Wir drehen uns einmal um Richtung Thurnberg. Wir nehmen die Sonne auf. Hat er die Sonne? Ja. Ich frage einmal wieder eine Runde. Mit was soll man anfangen? Wer hat eine Idee? 25. Und mal zum Thema Mädchen. Hier mit Zusatzgewicht. Heute mit Modeschmuck. Wir sind bei 10. Einen. Ihr dürft auch gerne ein bisschen tiefer gehen. Runter. Runter. So. So muss das sein mit Kettchen. So. Drittes Mal. Die Frau in Orange. Drittes Mal. Sehr geil. So. Unser Jüngster wird getragen. Kann ich auch mal? Spaghetti. Eins. Zwei. Spaghetti. Spaghetti. Yeah. Hoppa. Jetzt passt's. So. So soll das sein. So. Seid ihr soweit? Ja. Also los geht's. 15. Gut. So mal da. Jawohl. Das ist eine gute Idee. Super. Und noch eine. Komm. Guten Morgen. Sucht euch alle mal die Wand raus. Seid ihr soweit? Dos. Minutos. Wir nehmen die Gesichter auf. Noch sind sie alle ganz entspannt. Ja. Noch sind sie alle ganz entspannt. Wir haben erst 20 Sekunden. Wir haben erst 20 Sekunden. Und die Sekunden sind so langsam. Immer langsamer die Sekunden. Immer langsamer. Wir sind schon bei 30 Sekunden. Wir sind schon bei 30 Sekunden. Und? Wo sind wir? Bei 40 Sekunden. Sitzt ihr drauf? Schlügehaft. Schlügehaft. Geht noch? Geht's noch? Ja. Geht's noch? Wir sind bei eineinhalb Minuten. Wir haben noch 30 Sekunden. Unter dem Arsch. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ganz entspannt. Jungs. Ganz entspannt. So. Wir haben noch. Neun. Zehn. 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 Neun. Neun. Sieben. Sechs. Oben. Schön oben bleiben. Schön oben bleiben. Oben bleiben. Oben bleiben. Oben bleiben. Noch zehn. Neun. Eins. Gut. 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 In deinem ersten Leben warst du ein Chineser mein Freund. Eins. Nächster. 14, 72, 73, 98, 98, 91! 173 imaginedstra子 stand 100lik, 93, 100, 114! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR